Ja, hallo, ich bin's, der DJ King Salman von den Chewawockeys. Sitzt da gerade vor unserer Tür, vor unserem Proberaum, wo heute aber die Wocky-Pippel drinnen proben. Und ich will eigentlich gar nicht viel mehr drüber reden. Ich würde sagen, kommt einfach mit und schauen wir uns das einfach an, ok? Musik 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 Musik